alles oder nichts heißt heute in der power show hier bei donkey kong country 2 das gift gemäuer habe ich hinter mir gelassen und jetzt kommt es auf an wird ja wohl der boss sein ich freue mir jetzt geht es rund wer bist du denn da ist donkey ich werde ihn befreien erst mal eine münze kostenlos als wenn es so einfach wäre was jetzt tut sich noch eine ganze welt auf nicht ganz ich kann nichts machen ich muss es mit ansehen king k rule haut ab king k rules reich fliegendes krokodil ach so das war hier das reich ja gut dann gehen wir ins fliegende krokodil klar ach ehje dornenlauf na jetzt kann es ja erst richtig losgehen ei karamba aber schöne musik die entspannungsmusik aus den unterwasser levels eigentlich nein 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 nicht der nicht der so jetzt verstehe ich es erst dachte da unten geht es weiter aber das sollte man mit der rolle holen ach du herrje jetzt kann es ja schön werden na wer will das haben wer will das fass haben scheiße irgendeinen habe ich getroffen da soll ich es rüberschaffen schreck und war nichts muss ich wohl schaffen wenn ich am äußersten stöckchen hängen bleibe und treffe ich hoffentlich nicht auf den gegner erst mal hier außen bleiben den zweiten habe ich weggemacht ja jetzt gucken wir noch mal unten da gibt es nee ich dachte da gibt es einen hinweis aber das ist keine banane das ist eine dorne also ich glaube hier ist nichts und jetzt zurückgehen wäre auch nicht so schlau war es wird ein hübsches level schon klar ich habe es versucht nach oben zu werfen so es waren ein paar bananen naja besser als keine banan und immer schön oben unten gucken ob es hinweise gibt unten sehe ich keinen hinweis tja das ist praktisch der hinweis die libelle oh ja noch eine münze leute das hätten wir aber auch lustige gestalten können ach nein 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 erst mal hier gucken nein nichts okay lass uns tanzen und der nächste zum glück noch der sich immer selber ganz gut aus okay noch was soll das denn ich soll darüber springen und nee ah scheiße ich habe den ja gar nicht gesehen jetzt habe ich es verstanden wie man darüber springen soll nee freunde ich ich brauche euch nicht mein man könnte ja immer mal zwei bananchen einsammeln aber dann hat man das problem dass man die gegner wieder neu gerufen hat ich brauche ein dk fass warte mal da unten war doch eins oh gott oh gott oh gott oder habe ich nicht eins ausgelassen hier irgendwo ach ich komme doch gar nicht mehr gescheit zurück das war eine schlaue entscheidung jetzt darf ich nochmal an denen allen vorbei es wird schon noch ein pass kommen ich hoffe ich halte es bis dahin durch ach ja gut wegen der blöden bananen da ne muss ja auch nicht sein okay jetzt gehen wir die lebensschön flöten aber ich sammle auch münzen hier Na, komm her. Hoppa, 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 hoppa. Oh. Und er nun wieder. Boing. Was kann man denn Sinnvolleres mit diesem Fass machen, außer da einen abwerfen? Nicht viel, oder? Er hat wieder den zweiten erwischt. Ich glaube, ich habe zwei erwischt. Oh. Was ganz gut ist. Weil jetzt haben wir hier eine gute Lücke. Aber es war auch vorher nicht zu schwer. Oh. Puh. Ja. Oh, ich war zu schnell. Verdammt. Oh. Verdammt. Jetzt brauche ich praktisch jetzt schon das Fass. Oder war es links? Es war hier irgendwo. Ich weiß es. Ja? Oh. Es war hier nicht. Bilde ich es mir schon ein? Bilde ich mir schon Fässer ein? Ja, ich bilde mir Fässer ein. Ah, wie schön. Gleiche Situation wie vorher. Was ist denn, wenn man ganz schnell durchgeht? Das will ich jetzt auch mal ein bisschen, ehrlich gesagt. Oh. Geht nämlich genauso. So, jetzt bloß nicht auf die Bananen da gehen. Oh, Gott. Oh. Warte mal. War da oben was? Äh. Oh. Klar, jetzt trage ich hier auch noch eine Kanonenkugel durch die Gegend. Wie soll ich denn da hochkommen? Also, so nicht da. Scheiße. Hätte man werfen müssen. Werfen können müssen. Ah. Wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn da rüberkommen? Oh. Okay, das muss ich von Anfang an irgendwie zu zweit schaffen. Aber zu zweit kann ich doch dann auch nicht... Wegen der... Ups. Wegen der Kanonenkugel. Jetzt kann ich doch dann auch nicht den anderen werfen, wenn ich schon die Kanonenkugel habe und so. Muss ich mal gucken, wie das noch funktionieren soll. Ja, langweilig hier. Oh. Ich habe es genommen, bevor er rausgekommen ist. Jetzt habe ich mal den ersten weggemacht, aber das nur so eine Riesenhilfe ist. Das können wir mal hier schmuggeln, aber das ist auch nichts. Oh, 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 oh. Hi, hi. So, jetzt nicht zu schnell los. Ditti ist schnell. Ich muss in bestimmten Momenten immer diese Rennen-Taste neu drücken und dann macht er diese Rolle. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich manchmal eine Rolle mache. Aber ich glaube, ich habe es schon häufiger mal angedeutet. Weg mit dir. So ehrlich, ich will diese Bananen nicht. Ich will hier nur hoch. Das helfen mir schon ein paar Bananenchen. So, jetzt wird es interessant. Jetzt kann ich da zwar einen hochwerfen. Was auch schon wieder sehr spaßig ist. Ah, Mann, komm schon. Ey, das ist doch scheiße. So, da ist die Bonusrunde. Finde die Münze. Jetzt werde ich wahrscheinlich schön klettern mit Brunnen. Ne, ich werde mich drehen müssen. Wie verrückt hier mit Rolle und allem. Ja, es hat ja super geklappt. Ich hätte vorher schon rollen müssen. Okay, aber es hat jetzt den Vorteil, dass ich zu zweit bin und es sogar noch mal probieren darf. Ihr habt doch Zeit, ne? Also, von Anfang an hier schon. Oh! Oder soll ich mit Dixi? Ah, ich soll mit Dixi. Ach Gott, jetzt müssen wir auch wieder alles mühsam rausfinden. Nein, nicht schon wieder. Ah, okay, egal. Ich kann in der Bonusrunde selbst die zweite Person holen. Aber offensichtlich muss ich Dixi bleiben. Was ich an Dixis Flugkünsten nicht so mag, ist, dass das... Naja, obwohl es geht eigentlich. Ich dachte immer, es zieht so ein bisschen nach, aber es geht eigentlich. Diddy, was machst du da? Äh, was? Was? Ach, das kann man doch nicht ahnen. Da wäre wieder die Rolle angesagt gewesen. Scheiße. So, wie oft machen wir es noch? Ja! Das ist ja auch nicht die schwerste Übung, hier diese Kanonenkugel da hochzubringen, ne? Erstmal ankommen ist immer das Witzigste. So, also ich sehe keine andere Möglichkeit als hier mit Dixi durch am Anfang. Und danach offensichtlich wechseln oder so. Abgesehen davon kann ich hier wieder schön Bananen farmen, ne? Nicht, dass ich es absichtlich machen würde, aber bietet sich halt an. Da ich hier ständig sterbe, worauf ich auch nicht unbedingt die Böcke habe, muss ich ehrlich sagen. Scheiße! Ach, jetzt reicht's langsam. Ach, Mann. So, wie soll ich denn? Kann ich auch nur mit Dixi schaffen? Ja gut, machen wir mal einen Speicher. Fast da oben war da auch noch was, oder? Also rechts oben. Ach, scheiße. Wie soll man das alles kriegen? Oh, 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 oh. Komm, komm, komm. Platada, hoch. Ich habe keine Lust mehr. Mach jetzt hier regulär weiter. Oh, was bist denn du für ein Fieser? Hä? Scheiße, ich glaube, der verfolgt mich. Ach, der macht ein Rennen mit mir. Wie schön. Oh, der ist flott unterwegs. Und runter. Und wieder hoch. Da gibt's bestimmt so einige, äh, Extras hier. Äh. Okay. Oh. Scheiße. Buchstabe verpasst und alles. Warum mache ich überhaupt... Oh. Dieses Rennen, das ist wieder was, was man kennen muss. Oh. Oh, wie soll ich denn den jemals schlagen? Ach, komm, Leute. Was? Das stößt mich wieder raus. Ach, nö, hier war ich schon, oder? Hm, oder? Fuck. Ich habe überhaupt keine Orientierung. Wie soll das denn hier lang gehen? Eins steht fest, so schnell wie der kann ich nicht sein. Hier sind so viele Hindernisse, der war so flott unterwegs. Ah! Scheiße. Verliere ich jedes Mal ein Leben, das war ein Träumchen. Uff. Okay. Hab ja keine Wahl. Na, komm, geht da raus. Ach, das wird ja ein Spaß, ey. Ah, hier gibt es bestimmt Abkürzung. Nein, das ist keine Abkürzung. Na, toll. Ah, ich glaube, das hat so ein bisschen Gummiband. Also, er wartet auch... Ah! Scheiße. Er wartet auch einen Moment auf mich. So wie es gerade aussieht. Ach, ich kann ja auch nach oben beschleunigen. Wow! Na, hilft es was? Hm. Das schaffe ich doch niemals. Oder reicht es, wenn ich Zweiter werde? Ach, hier sind die Abkürzungen. Hier sind die Abkürzungen. Obwohl, nee. Abkürzungen, was heißt... Da ist auf jeden Fall die Decay-Münze gewesen. Ah. Boah, das ist ja furchtbar. Wie soll ich das jemals schaffen? Es ist übrigens doch kein Rund... Au! Scheiße Rundkurs. Man muss den... Man muss den Track kennen. Ah. Oder fliegt der woanders lang, wo ich eine Chance hätte? Aber das war gerade so schnell vorbei. Mit dem zweiten Platz hier. Oh Gott. Ah! Ich weiß noch nicht mal, wie weit ich bin, ne? Oh Gott. Wer denkt sich denn sowas aus? Das brauche ich eigentlich gar nicht machen. Komm da raus. Ach, und hier sind nur so blöde Bananen. Das braucht doch kein Mensch. Oh! Ich hab von der anderen Stelle gerechnet. Ich war gedanklich schon hier. So, ich wollte mal hier lang für den Buchstaben. Also noch bin ich vor ihm, ne? Ah, von wegen. Das geht doch gar nicht, Mann. Das ist auf jeden Fall schneller als Weg. Hier muss man schön runterdrücken. Das muss man halt alles wissen, ne? Hier geht's wieder hier rum. Oh Gott. Oh Gott. Macht ich das hier richtig überhaupt? Also hier sind zumindest die Wegbananen. So nenn ich sie mal. Kommt wieder die Wespen an der Stelle. Ja, das geht doch nicht. Oh, shit. Okay, ich wär zumindest schon mal bis zum Ende gekommen. Und noch war keine Andeutung auf die Fahne. Ich hasse sowas, ne? Wenn man Levels auswendig lernen muss. Auch so ein berühmtes Stilmittel von damals. Oh. Oh. Ah. Nein, 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 nein. Auch schon wieder einen Denkfehler gehabt. So. Oh. Oh. Ah, ich bin mir so unsicher, wann's wo rum geht. Hier ging's einen Moment runter, aber nicht besonders weit. Okay. Oh. Ah. Ach, das ist doch Mist. Jetzt hab ich ihn zumindest schon mal, äh, eine Weile länger zu Gesicht bekommen. Oh Gott. Und wieder runter. Oh, ist das zappelig. Was war hier? Ah. Da war das Ende, ne? Ah, warum mach ich das? Was für ein Blödsinn. Das zeigt mir zumindest... Was? Ach so. Scheiße. Das zeigt mir zumindest an, äh, wie weit ich so war. Also, die Buchstaben kann ich mir eigentlich nicht leisten. Ich würde gern überleben. Und je weniger Buchstaben ich einsammle, desto weniger Leben verliere ich. Im Endeffekt. Und kriegen würde ich ja nur ein Leben. Ach, Mann, ey. Das ist echt hart. Ist das dieser fiese Papagei aus Aladin vielleicht? Würde passen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ach, warum sammle ich denn jetzt das U? Wollte ich doch gar nicht. Kann man da auch... Oh Gott. Okay, wenn man eine weg hat, könnte man theoretisch schon durch, ja. Ein Pfeil, zwei Pfeile und dann ging es wo weiter? Dann ging es hier wieder hoch und dann ging es hier so rum. Und da darf man schon... Oh, da muss man so... Oh, oh, oh. Oh. Ah, verdammt. Ah, nein, 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 nein. Oh. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Oh Gott, ist das ekelhaft. Ich muss... Ah, nein, 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 nein. Ich wollte gerade sagen, ich muss dann auch noch als Erster ins Ziel, ja. Also es reicht nicht, wenn ich nach einer bestimmten Zeit als Zweiter, sondern ich glaube, der zählt knallhart runter. Ach, Mann. Und hoch und runter und wieder hoch. An den Wespen vorbei, in der Mitte durch. Einfach in der Mitte bleiben. Und rum und feuern, 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 feuern. Ja. Und einmal runter, zweimal runter. Und hier rum, ja, wieder hoch. Und... Oh, ah. Oh, ah. Hier so. Ai, 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 ai. Nein. Und da rum, da ging es weiter. Oh, 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 oh. Ich gehe jetzt hier hoch. Oh, oh. Ah, nein, 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 nein. Oh, Ziellinie. Oh, oh, oh. Ah. Ah, 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 ah. Da war er doch am Ende schon wieder zu sehen. Uff. Ja, auswendig lernen, dann geht es halt. Ah, hier sind Funkys Flügel. Ah, jetzt aber Bosskampf. Wollen wir noch ein paar Münzen ausgeben? Kong-Schule. Hatte ja viel zu viele. Habt ihr schon meinen Mann gesehen? Cranky mecker zwar immer, aber keiner kennt die Insel besser als mein Schatz. Na ja, Schatz, von wegen. Speichern will ich nicht. King K. Rool. Ja, ich kann einen Tipp gebrauchen, ehrlich gesagt. Je mehr Leben ihr auf dem Konto habt, desto einfacher wird es. Ha, ha, ha. Toller Tipp. Wäre ich von selbst nicht drauf gekommen. Also ich habe ungefähr 50. Seid vorsichtig. Schauen wir mal. Gut, dann geht es jetzt rund bei K. Rool Duell. Muss ja auch mal irgendwann erledigt sein. Ah, sehr schön. Aufmachen und... Oh, oh. Oi, hey. Das gibt Ärger. Okay, ich schätze mal, ich mache hier was mit. Ah. Nein, das bringt alles nichts. Okay, er saugt das Ding ein. Vielleicht auch nicht. Er saugt mich ein. Ah. Oh, ich wollte ihn von vorne mal bewerfen. Pump. Okay. Aha. Okay, ich muss ihm die geben. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was kannte ich noch? Ah. Das war's. Okay, ehrlich. Mit 50 Leben werde ich es wohl schaffen irgendwann. Also mache ich mir jetzt mal hier... Mir gerade ein bisschen weniger Stress. Kann man das auch abbrechen irgendwie? Oh, oh. Na los, saug. Oh. Fuh. Und. Batschuh. Lustig ist es ja. Komm er her. Ach nee, jetzt kommt ja erst mal das Ding. Oh. Ah, Mann. Warum springe ich da jedes Mal rein? Hallo. So. Bada boom. Ich glaube, er hat ein bisschen schneller geschossen gerade. Ey, dass ich aber auch jedes Mal... Ich muss weiter vorne bleiben. Ich muss über das Ding rüber. Sonst reicht mir der Platz nicht, um an ihm vorbeizukommen. Okay. Und wechsel und... Ähm, ja. Saug er ein. Fum. Könnt mich jedes Mal wieder drüber amüsieren. So. Nee, bei... Obwohl, wenn sie hier landet, dann muss ich noch so über ihn rüber. Oh Gott. Aber beim zweiten Mal... Oh. Beziehungsweise jetzt... Muss ich hier hin. Oh. Das sind ja zwei. Oh Gott. Shit. Uh. Ach so toll. Und nur eine. Nur eine ist benutzbar. Ist auch schön. Boom. Er schießt immer schneller. Das wird es doch wohl nicht... Oh, scheiße. Ich springe auch noch drauf. Wie toll. Wollte sagen... Ah. Wollte sagen, das wird es doch wohl nicht gewesen. Oh. Aha. Jetzt machen sie hier eine schöne Abfolge. Okay. Oh. Shit. Hallo. Ah, nein. Hätte ich das fast jetzt... Hätte ich auf ihn drauf springen sollen. Den Fehler habe ich ja gerade schon mal gemacht. Also, es gibt keine Kanonenkugel, die ich benutzen kann. Schum. Da ist eine drin. Ah. Ah. Oh. Okay. Was kannst du jetzt noch? Hum. Oh. Hallo. Hallo. Das ist aber nicht ohne. Ei, 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 ei. Oh, oh, oh. Oh. Wie viel noch? Ah. Ah. Hol's dir. hardcore. So, jetzt wird er wieder angerauscht, komm hier Oh, einmal Oh, wow Das ist ja wie bei Carpet, so eine Scheiße Oh nein, wir werden immer größer Die Kreise, diese Züge Oh 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 Gott, ist das mies Komm, es reicht, es reicht Mein Freund, es reicht Gib mir das Richtige, ja Ah, er ist echt schnell geworden Ich traue mich nicht darauf zu springen, ehrlich Ach nein, oder hätte ich es tun müssen, aber vorher bin ich krepiert Ah, okay, es ist auf jeden Fall die nächste Phase Hilfe, was war das denn Ah, er wird selber zum Geist Ah, shit Da hätte ich ihn, oh, oh, oh Da hätte ich ihn sehen müssen Beziehungsweise konnte ihn ja nicht sehen Oh, schießt der schnell, verdammt Oh, so viele Phasen, ey, furchtbar Ah Oh, no, 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 no Okay, jetzt bin ich langsamer Scheiße Beziehungsweise der ganze Gehüpfe hier ist auch langsam Aha, okay Okay, ich hatte noch eine Chance Au, scheiße, ey Boah, ist das jetzt nicht mal langsam Ach, du scheiße Ey, das ist Oh Gott, rechts ist links, links ist rechts Oh, scheiße Na, komm Komm Ah Nein, nein, nein Was, was Ach Gott, ey, dem kann man doch fast nicht entgehen Diesem Rauch da Ne, noch ging nichts Warte Jetzt sind sie lächerlich langsam hier am Anfang, ne Jetzt kommt die Stachelkugel Ist ja alles easy so gesehen Also relativ easy Jetzt kommen die Stachelkugeln so, dass ich dazwischen springe Aha Das war knapp Uh Einmal Zweimal Dreimal Jetzt muss ich leider Tja, wie mach ich denn das Ah, nein, nein, nein Saug die ein Oh, so eine Scheiße Das war ungezieht Oh Oh Ist es wieder die hintere, bitte Ja Uh, da muss man weit werfen Oh Okay Was kam jetzt Ne, 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 ne Das mach ich nicht mit Es ist einfach nur die nächste Phase Nicht drauf springen Nur die Phase abwarten Uh Uh Ui, ui, ui Nein Scheiße Ach, siehste Man muss ja auch noch aufpassen Dass man vor ihm wegrennt In der Phase Na gut Ah, andersrum wär mir lieber Jetzt kommt alles von links Uh Oh Es ist, glaub ich, die gleiche Reihenfolge Kann das sein Hä Oh Mann Und zu nah ran darf man auch nicht So eine Scheiße Ey Jetzt Genau jetzt ist hier dieses Fass verschwunden Oh So ein Scheiß Ach komm schon, ey Das kann ja wieder dauern hier Na komm Kommst du angerollt hier Muss mit genug Schwung in seiner Tröte da landen Mehr ist es eigentlich nicht Ich glaub man kann auch gut vor dem Ding so stehen Beziehungsweise ist direkt Sinn der Sache Dass man dann gleichzeitig über das Objekt und über ihn rüberspringt So kann man's auch machen Jetzt lande ich halt hier in der Mitte Aber das passt schon Ah Was Das ist neu Ist das andere weg Ja Oh 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 Okay, nächste Phase Ja Alles klar Was kam jetzt Jetzt kam hier die Abfolge Oh 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 So Aus einiger Entfernung reicht ja schon Um das entgegen zu feuern Was kam jetzt Schon Naja, immer erstmal so Uh Ah, ich hab grad die Charaktere verwechselt Das ist grad ganz schön fies hier mit Dixie Nein So Was kommt jetzt Jetzt kommt er wieder angefahren Uh Das hab ich erstaunlich gut geschafft vorher Aber Das kann auch daneben gehen Ah Das Schlimme ist Dass die davor noch stören Die von davor Ach Bitteschön Dass man also nicht Nicht zu weit zurückgehen kann Bei diesem Muster Ne Okay, nächste Phase Oh Ach Da waren die Geister Ach Das kann man nicht schaffen Ah Ach Achso Ich kann mich auftauen Oder was Das ist mir beim ersten Mal nicht aufgefallen Beziehungsweise Ich bin wahrscheinlich nicht Nicht reingef Ja Diesmal bin ich schlauer So Das würde ich ehrlich gesagt gern Äh Schup Zu Dixie wechseln Genau Dann mach ich nämlich so Edgy Batch Hatten wir das schon Ja Oh Weg, weg, weg Oh Und ehrlich gesagt Wieder zurück wechseln Beziehungsweise Kommt er jetzt angefahren Ja Dixie ist wertvoll Dixie ist genau hier wertvoll Das kann jetzt auch daneben gehen Na Okay Ah Okay Na komm Macht er was Ja Ah Oh Scheiße Oh Gott Oh Diese Wirkung muss aufhören Bitte Ah Ah Reicht's denn jetzt Ah Oh Nein 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 Weglaufen war wichtiger Oh Oh Gott So eine Scheiße Nein Nicht schon wieder Okay Wie schaffe ich die Die schaffe ich überhaupt nicht Ah Na komm Mach Oh Gott Ah Ah Ich muss jetzt praktisch immer zu ihm hindrücken Um das zu überleben Ah Ah Nein 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 Ah das ist Man hat so wenig Platz hier Das ist ganz schrecklich Kann ich das schaffen Ah Shit Shit Ah Ah Komm mach Mach Ah 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 Eigentlich muss ich immer nur in die andere Richtung laufen Weil er dann da kommt Ah 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 Oh Gott Bitte lass es das letzte gewesen sein Oh Oh Ging das schnell Ey Ach Scheiße Wehe das war die letzte Phase Ich werde wahnsinnig Das muss man wohl vertagen Das war es für heute Ich bin motiviert ihn zu schaffen Ich werde das gleich im Anschluss machen Ihr werdet es in der nächsten Folge sehen Also Bis zum nächsten Mal Tschüss